es es gibt einfach leute die sind schliefer einfach nur dämlich also gleich fähnchen und wisst ihr was wenn der mir eine minus 1 gibt dann will er das spiel wohl nicht gewinnen was soll ich euch sagen dann will ich es auch nicht gewinnen solche leute ärgern sich über solche aktionen meistens noch viel viel mehr als andere hallo schema hier kommt jungs breitseite los kommen ja das schaffst du noch mal komm also du darfst auch ein bisschen mitschießen so Vielen Dank.